Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben es noch ganz früh, beziehungsweise noch dunkel, da seht ihr es, aber es wird jetzt mittlerweile hell. Ich bringe jetzt den Maddy gleich in den Kindergarten und mache mich dann auf zum Kick und wollte euch einfach wieder mal live mitnehmen, euch zeigen, was es aktuell dort gibt und wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. So, angekommen. Mal gucken, was hier draußen so schönes gibt. Auch wieder ganz viel Weihnachtsriko, klar. Aber auch schöne, schöne Servietten. Naja, wir gucken mal. Dicke Strumpfhosen habe ich Maddy ganz viel geholt schon. Er sagt, dass es so schönes gibt. So, das war es so schönes. Und jetzt kommt es so schön. Untertitelung. BR 2018 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 Hier gibt es die für 1 Euro. Das ärgert mich ja jetzt schon wieder. Hier gibt es ganz viele für 1 Euro. Ich habe 2 bezahlt bei Wohlwolls. Aber egal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause. Ich glaube, es war ein sehr, sehr schneller, kurzer Einblick in den Kick. Es war unglaublich voll heute. Es tut mir leid, dass ich euch nicht jeden einzelnen Gang zeigen konnte. Aber egal. Ich glaube, ihr habt so ein bisschen einen Einblick bekommen, was es momentan beim Kick gibt. Ich selber habe jetzt gar nichts gefunden, aber das ist ja nicht schlimm. Ich bin auch mal ein bisschen durchschlüstern gegangen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss ihr Lieben. Genau. Untertitelung. BR 2018